Alle hassen Daki, das ist wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, zu sagen, so, das ist auf jeden Fall, aber vielleicht ist der Junge auch nett, so, ich hab letztens herausgefunden, der kann nett sein. Wir gucken mal, was das Battle bringt, da wird auf jeden Fall viel Liebe vergeben und, ja, Mann. Sehr geehrte Damen und Herren, heute präsentiere ich euch den neuen Song von Variat, Impuls und Stigma. Heute sind wir zu Besuch bei Stigma und gucken mal, wie er so arbeitet. Rühart, komm mit Puls, komm mit Stigma, machen's Kurs, machen Schluss mit dem Pissern, machen Plus, haben Hype, haben Flicks drauf, Nummer 1 unerreicht unser Schicksal. Ja dabei, ja dabei, ja dabei, ne. Ja dabei, ja dabei, ja dabei, ne. Ja dabei, ja dabei, ja dabei, ne. Keine Gnade für die Feinde. Ey, you just a feel, du wirst aufgeraucht, bin im Klassenwässer, du bist nur der Pausenclown. Denk mal nicht daran, dir irgendetwas aufzubauen, du wirst rausgehauen, schon ist aus der Traum. Irgendetwas in der Szene zu reißen, denn deine dämliche Scheiße, die du hier eben verbreitest, sorgen für mehrere Feinde. Geht dich vergebens verteidigen, werd dich treten und peinigen oder quälen und leiden lassen. Wir hängen dich dann auf an ein paar Drähten und Schweine haken, sie holen dich dann ab in einem schäbigen Leichenwagen. Das, was wir tun, ist abgefahren, wir reifen sind paar Vandalen mit rein, die dich versklaven und peitschen, verdammt dein Arsch mit geweitet. Das Outdoor Party, verkleide, kick deine Parts in den Waldschuck, aber dein Kram ist veraltet. Du laberst nur Scheiße und bis der Zahltag erreicht ist, geb ich dir Pampas und Feilchen, bis dich auch Karas beleidigt. Du klingst verkrampft, mach mal bitte kein Aufährenmann. Du sagst, du rappst aus Langeweile, merkt man, wir gehen viral, du kannst uns bald auf jedem Kanal sehen. Bist du viral, dann ist die Anamnese Quarantäne. Ja dabei, ja dabei, ja dabei ne. 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 Keine Gnade für die Feinde. Frag sich warum deine Schwester mich brauch, sie ist nicht verwehrt, doch sie steht auf den Schlauch. Dir geht das so nah und du rastest jetzt aus, ein Pansch, du liegst, du scheißhässlicher Lauch. Egal was du sagst, wir sind trotzdem die Besten, sagst du gewinnst, was ein leeres Versprechen? Versuchst die Jury zu bestechen, Karas, ihr könnt uns das Preisgeld berechnen. Dein Erscheinungsbild, das reinste Verbrechen und deine Stimme klingt wie reif und zerschlechen. Egal was du sagst, was du bist, was du tust, nach dem Battle wird man dich leider vergessen. Man sieht uns nachts in Tiefgaragen, wieder wartend auf den Lieferwagen. Wir sind die Besten, sieht man alle wieder Gaben? Nein, wir kennen keine Niederlagen, ihr braucht uns nicht nach Feature fragen. Dir wird noch etwas Schlimmes wieder fahren. Wir kommen in den Hunden und auf dein Bezirk, holen die aufs Mann und werden wieder fahren. Wir werden nicht mehr vermischen, sondern regnen sie zu sehen. einige Jeera, ich bin schrumpf, alle November zu beteiligen. Wir werden nicht mehr so, dass wir 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 nicht mehr so leisen. Ich beheben und küsse mich für die Verteidigung. Ich habe hier in der Zeit, auf einmal versuchert und gesucht. Wunderschön, ich habe hier in der Zeit keine Aufmerksamkeit. Und ich habe hier in der Zeit an, wozu, ich habe hier in Wunderschöne und spürt. Ich gehe bin, wie vom Schwerper und ein abhör und ich habe hier in der Zeit.